Michael Mittermeier, der Pate der jungen Comedy. Wir müssen uns in dieser Zeit einfach unseren Humor bewahren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Mit klaren Worten. Die meisten haben gar keine Angst mehr vor der dunklen Seite, sondern mehr vor der orangenen Seite. Und durchschlagendem Humor. Bevor Deppen in den Himmel kommen, kommen Sie zuerst ins Fernsehen. Michael Mittermeier, Lucky Punch. Am Sonntag um 20.15 Uhr.